Das Oktoberfest in München ist mit über 6 Millionen Besuchern jährlich das größte Volksfest der Welt. Neben Händel, Bier und Fahrgeschäften darf für den perfekten Oktoberfestbesuch aber eines nicht fehlen. Ein stabiles Netz, um in Verbindung zu bleiben und einzigartige Momente mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Im letzten Jahr stemmte das O2 Wiesennetz dabei insgesamt 150.000 Gigabyte an Datenvolumen. Hallo, ich bin der Andreas von der Abteilung Sonderprojekte und ich möchte euch heute mal zeigen, was wir hier jedes Jahr für unsere Kunden an Stationen aufbauen und lass uns einfach mal gehen. O2 Telefonica sichert die Mobilfunkversorgung auf der Wiesn mit insgesamt 20 Standorten, die durch die Netztechniker im Vorfeld aufgestellt und durchgehend mit Glasfaser verbunden werden. Die temporären Mobilfunkstandorte verteilen sich über das gesamte Festgelände. Wir beginnen meistens schon Ende Oktober mit der Planung. Da wird eine Auswertung gemacht vom vorhergehenden Wiesn. Daraufhin wird dann wieder neu geplant für das nächste Jahr. Für ein optimales Netzerlebnis haben Andreas und sein Team die Zahl der 5G-Sender im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 50 Prozent erhöht. Dabei schauen sie ganz genau hin, wo sich die meisten Besucher tummeln. Die meiste Kapazität wird hier auf der Wirtzbudenstraße benötigt, weil eben hier die Besucher rein und raus gehen. Also die Stationen oder die Sektoren, die hier auf die Wirtzbudenstraße gehen, die haben den meisten Verkehr. Und auch in den verschiedenen Zelten sind an den Decken Antennen verbaut. Die Antennen befinden sich hier oben in der Mitte, möglichst unsichtbar. Also ich sage mal, der normale Besucher, der erkennt das eigentlich nicht als Antenne, als Mobilfunkantenne, sondern für den ist das ein ganz normaler Einbau, der hier reingehört. Die Herausforderung für das Team, die dazugehörige Technik auf begrenztem Platz unterbekommen, die befindet sich in einem kleinen Raum abseits der Gäste. Versorgen kann man mit diesen Kisten tatsächlich bestimmt über 100.000 Leute mit der 5G-Funktechnik. Und da sind wir für die Wiesn super gerüstet. Definitiv. Dank Andreas und seinem Team haben die Wiesnbesucher immer nett und können telefonieren oder Fotos mit den Daheimgebliebenen teilen.